Hi, ich bin wieder da, äh, heute wieder da, ich war nicht weg, aber, äh, für die, die sich wundern, warum ich mich am Ende der Folge, ah, da, äh, immer hocke, ähm, die Tastenkombination ist so, äh, ausgelegt für den Aufnahmestart, dass ich, ich hier im Spiel mit Steuerung immer zucke, ja, hoch, 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 hoch! Oh, the lance is useless on foot, but it is devastating on horseback, now hop onto the horsepower! Oh, der Sache, der kann auch sehen was, warum kann ich ihn auch nicht mehr hier, hier drehten? Voll cool, okay, die, die, die Piraten, Hans war gut genug, um die Archerie-Targets zu vermitteln zu können. Echt von diesen Tarketen mit der Kälte-Lance-Charge. Wo? Wo ist es? Ok. Alles klar! Ei! Geht's noch schneller? Ich stöte ein bisschen, dass ich den X-Men nicht gedrückt halten muss. Hier, Blanc, hier kam eine Kavallerie! Naja, dem ist ich schon. Wie die Zeitreihe-Pretin immer sagt. Äh, zu spät. Cool. Tschüss, ne? Ich hörte aufgehört! Attacke! Das ist wirklich ein echtes Schlagfeld! Okay. Oh. Ist das... Ist das ein Helm denn, oder ist das ein Trommel? Äh, ich schütze mal... Ich... Ich... Äh... Ah, hab ich noch die? Ja, hab ich. Ok. Oh... Take down those doors! Kann ich jetzt durch? Nein, nein. Sieh! Ich... Echt? Ich... Sieh! Sieh! Ich... Was ist das Problem mit ihr, zwei? Das ist das, was machte eine Platz für die Lumberjacks' Guild! Das ist mein eigenes Werk, du schaffst! Take that out and build it all back up to how it was! I do what he says. He seems angry. Es kann nicht. Was ist das? Was ist das? Ja, du... Ich frage einfach nicht. Okay. Ich frage einfach nicht. Okay. Katapulte. Äh... Das ist hier stehen. Diese yellow flags look suspicious. Take out that closest yellow flag with a well-aimed shot. Okay. Ähm... Entschuldigung. 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 Du kannst immer der Katapulten ein bisschen näher gestern. Wenn du in der Position ist, lass das liegt auf der Mitte. Nochmal. Kann ich mich einfach hier vor die Flacke stellen, oder? Wie zieht du dich eigentlich? So hier mit dem Rad? Mal gucken. Okay. Ich muss nochmal da hinten ziehen, okay. Ja, das haben wir gleich. Der große Löffel ist bald nachgeladen, so. Hier kommt die Bolette. Grat! Oh no! Du hast die Siege-Towern geschenkt! Wir waren in einem Seize-Fier. Die werden zu retalieren, zurück in die Camp Soldier zu kommen und zum Aufmerksamkeit werden! Oups! Juhu! Na ja, gut ist gut. Das ist ein Hauptmenü. So! So, und jetzt? Ursus Gold! Ey, Ursus Gold! Gut, die blieb nicht. Und jetzt? Spielen wir? Dana? Dana wechseln? Das ist mein Dana, ist das mein? Ah, ok. Kette 1. L70. Ok. Komm, ich will das machen, ich ziehe doch besser aus. Oh. Wo kann ich es spielen? Ah. Frontline? Naja. Wie sieht der denn? Ah, da ist die Schlupf. Frontline? Oh. Ok. Kaltmitsch. Aha. Äh... Gibt es hier eine Kampagne? Gibt es hier eine Kampagne? Ah. Ok. Verarbeitet. Oh. Moment, was war hier? Das... Das vorhin doch? Das zurück? Das zurück? Genau. Nix. Oh. Das ist ja cool. Ja. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Ja. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Was genau ändert sich da? Keine Ahnung. Was gibt es denn noch? Was ist das? Alles klar. Das kann so bleiben. Was ist denn so? Ich bin eigentlich schon ganz zufrieden. Was gibt es denn hier? Help me! Ja, das klingt ja sehr jung. Barbar. Help! Come hold! Follow me! We must hurry! Absolute! Hail! Hail! Hold here! Caesar. Why? No! Don't let them do this to me! I thought we were allies! At once! Hi! Hi! Whoops! Follow me! I'm in trouble! No! Computer techno! Well men! We've trained heartily! You did not just mistake me for one of those con... You have my thanks! Oh hello! Oh hello! Oh it looks like I need help! It's a rare thing to see a mountain... It's a rare thing to see a mountain... If they get through... You did that on purpose! Look don't feel bad! Maybe you'll just not... You have my gratitude! You did that on purpose! You did that on purpose! Look don't feel bad! You do actually know how to... Execute Order 66! Hold fast! No? I don't think so! What? Help! You've got to be kidding! Not a chance! Your incompetence has routed us far back! No! Never have all a saint! Come on lads! Follow me! I am unable to do so! Defend this position! You honor me sir! To you my good fellow! A fine display! I shall comply! Would you mind stepping aside? Not me you idiot! Your efforts are as feeble as by manhood! Okay! Bloody bastard! I'm sorry! Manity! Oopsie! I find the best! Ah! Here is the gold! Gaze! I shall cleft you in twain! Ah! Your time is over! Wow! Ja! Ich glaube! Die nächste Folge hat dann geschmeißen! Okay! Okay! Wir sind schon! Shhhh! Okay! Okay! Das war das Tutorial! Letzten Endes! Es hat drei Folgen gebraucht! Ich würde sagen... Tschüss! Wir hören uns in der nächsten Folge! Ich check jetzt schnell die Überhitzung! Und schau mal wie die Aufnahmen geworden sind! Dann... Ja! Kritik dalassen! Ich würde das befürworten! Und noch fünf Sekunden! Tschüss! Ciao! Tschüss!